Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bestelle ich genau das gleiche, was der Vorderwahn bestellt. Es gibt gerade gewesen, dass ich das Doppelte bestelle, aber im Video seht ihr, dass das viel zu viel gewesen wäre. Und ja, mal gucken, ob ich das im Video auch geschafft habe. Das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß dabei, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um keines mehr Videos zu verpassen. Und es waren sehr viele Burger. Also lasst ein bisschen Liebe da. Es war echt anstrengend. Dann würde ich sagen, bis gleich. Hallo, ich hätte gerne einmal das Doppelte, was die Person vor mir gerade bestellt hat. Genau das? Genau das Doppelte. Können Sie einmal bitte vorlesen? Wäre cool. Mit den zehn, die hat zehn Cheeseburgers, fünf Hamburger und zwei Pommes bestellt. Also bekomme ich dann zwanzig Cheeseburger. Sie wollen das, was sie hat, doppelt. Ja. Dann haben Sie zwanzig Cheeseburger, zwanzig Cheeseburger, zehn Hamburger und vier kleine Pommes. Okay. Und zwei kleine Cola. Okay, ja. Ja, okay, machen wir. Zwei 90, 64, Bar oder Karte? Okay, gut. Also mach mal zehn und fünf. Ja, zehn, zehn, oh. Ja, wir nehmen das gleiche wie die Person vor mir. Weil sonst so viel wäre es umbeleid. Ich schaffe das alles nicht sonst. Also zehn Cheeseburger? Ja, genau. Fünf, ähm. Fünf Hamburger? Ja. Und zwei Pommes? Genau. Und eine Cola oder zwei Cola? Da können Sie ruhig zwei Cola machen, komm. Dann haben wir noch ein 40,1. Ja gut, dann einmal eine Karte bitte. Leute, das hätte fast über 92 Euro gekostet, wenn wir das doppelte genommen haben. Wir nehmen einfach das Gleiche und es wird eine kleine Challenge werden, so viel überhaupt zu essen. Das ist ja die gleichen Zeitrafe, weil ich das alles aufschaffe, weil das auch noch eine Sache ist. Weil ganz ehrlich, ich bin real. Ich zeige euch das ja auch davor, dass ich das nicht schaffe und ich dachte, so 92 Euro für ein Essen. Das ist für mich einfach zu viel. Das will ich nicht ausgeben. Das tut mir mein Herzen, meine Seele weh. Und dann so viel essen, das schaffe ich auch nicht. Zehn Cheeseburger und fünf Hamburger und zwei kleine Pommes werden auch schon viel sein zum Aufessen. Ich werde euch dann die Kalorien später auch einblenden. Das wird auch wild werden. Das tut mir echt leid. Ich wollte eigentlich das Doppelte bestellen. Wir machen das jetzt aber nur das Einfache, weil es halt einfach nicht klappen würde. Es würde einfach nicht klappen. Ich würde es nicht schaffen. Ich würde mich selber damit auch gefährden und morgen den Rest auch essen. Das schmeckt nur am gleichen Tag meistens. Das heißt, ja, das wird gleich noch wild werden, 15 Burger zu essen. Das ist so eine kleine Food Challenge eigentlich schon fast. Ja, das heißt, seid gespannt. Das ist das Einzige, was ich heute essen werde. Und ja, hier die zwei kleinen, ähm, zwei kleinen Colas habe ich ja auch schon. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich im Video. Leute, ich wollte das Doppelte von dieser Bestellung bestellen, aber tut mir leid. Das würde ich beim besten Willen weder heute noch morgen aufbekommen. Das sind fünf Hamburger. Das habe ich da begenommen, zwei kleine Cola. Ähm, dann sind das zehn Cheeseburger, zweimal hier so eine kleine Pommes. Und das gönne ich mir jetzt nicht alles sogar im TikTok-Listream. Weil, damit die mich anfreuen, dass ich das überhaupt schaffe. Weil, ganz ehrlich, so, ich würde das nicht schaffen. Das ist so viel. Es ist einfach mal so viel. Absolut krass, wie viel ich essen muss. Und das nur, weil ich eine Challenge nachmachen wollte. Das mal zwei. Game over, ey. Game over. Hier, Pommes. Hm. Das wird anders wild. Aber wir schaffen das. Ihr seht nachher Ausschnitte von TikTok-Listream. Ich werde jetzt nicht alles Zeitraffer filmen, wenn. Äh, halt den ganzen Livestream vielleicht reinmachen. Damit ihr das seht und dann mich danach melden, wie es mir so geht. Und ob, wie das so war. Boah, Leute. Wir haben einfach nur echt kranke Challenges manchmal vor. Und ich will nicht wissen, wie lange ich jetzt dafür brauche. Wie gesagt, ich gehe live auf TikTok. Da könntet ihr es vielleicht schon verfolgen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Drückt mir bitte die Daumen. Es ist absolut viel. Auch an Kalorien, was das an Kalorien ist insgesamt, auch mit der Cola, ist hier einmal eingeblendet. Absolut krank. Macht das nicht nach. Das ist die nur zur Unterhaltung zu wecken. Ich mache das nur zur Unterhaltung zu wecken. Nicht, weil ich das sonst machen würde hier. Und Pommes für euch noch schmeckst. Aber später nicht mehr, glaube ich. Wir starten in 2, 3, 4, 3, 2, 1. Let's go! Das ist die Nummer 1. So, ihr Lieben, ich merke euch nochmal. Das ist übergeblieben. Von 15 Burgern habe ich die Hälfte geschafft, was normal meinen Kalorienbedarf auch gedeckt hätte. Ich habe das in MyFitnessPal eingegeben, jetzt kann ich das einmal zeigen, was ich gegessen habe. Ich habe das gerade extra gemacht, hier, da sind die Kalorien, die ich gegessen habe, 2627. So fühle ich mich auch, ich kann die Bürger nicht mehr sehen. Ich merke mich jetzt nochmal kurz in der Kamerasekunde. So, ihr Lieben, ich bin einfach nur fertig und satt und will das nicht mehr essen. Ich beschenke das jetzt an den Nachbarn. Und wenn dann noch was überbleibt, lasse ich das dann morgen einfach auf. Oder wenn ich wirklich später nochmal Hunger haben sollte und darauf Bock haben sollte, dann esse ich das. Aber ich zähle mich nicht dazu. Eigentlich war die Challenge, das überhaupt mal sich zu trauen, das zu bestellen, was die Person vor einem bestellt hat. Leider nicht mal zwei, weil es halt einfach zu viel gewesen wäre. Das bleibt ja jetzt schon was über. Und ich muss auch irgendwie wirtschaftlich denken. Jetzt ist es einfach nur, ich bestelle das, was die Person vor mir bestellt hat. Und das ist so viel, dass ich es jetzt gerade nicht ausschaffe. Wenn ich mich nochmal melde mit Essen und so. Ich weiß auch nicht, wie weit ich das überhaupt schaffe, das von TikTok so zu extrahieren, dass ich euch das zeigen kann. Aber ich habe es auf jeden Fall leider nicht ganz geschafft bis jetzt. Bis zum nächsten Mal. So, ich merke mich jetzt einen Tag danach. Ich habe gestern Nacht so um 2, 3 Uhr noch den letzten Burger gegessen. Also sprich die 4 Cheeseburger, die noch über waren, habe ich dann gegessen Stück für Stück. Ich habe mich dabei nicht gefilmt, weil ich auch schon sehr müde war. Aber ich hatte mir vorgenommen, das einfach vorher schon zu schaffen. Und dann habe ich das nachts gegessen alles. Und ich glaube um 8 Uhr morgens, da war doch noch ein Burger irgendwie über. Also ich habe erst drei gegessen, bin eingeschlafen. Und dann heute um 8 Uhr morgens habe ich den letzten gegessen. Und ja, ich habe es geschafft, die 15 Burger zu essen. Und ja, ich bin stolz darauf, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ich bin auf jeden Fall kein Beesser, das habe ich auch gemerkt. Weil irgendwann habe ich auch einfach gar keine Lust mehr zu essen. Mein Körper schreit so, nein Anna, ess nicht weiter. Und dann habe ich auch aufgehört. Ich quäle mich jetzt nicht krass für die Videos, dass ich mich so sehr über esse, dass es mir schlecht wird. Mir war zwar ein bisschen übel bzw. ein bisschen Bauchschmerzen, weil es halt zu viel war, die Masse. Ähm, ja. Aber es war trotzdem eine sehr interessante Erfahrung, etwas zu bestellen, was der Vordermann bestellt hat. Also das genaue Gleiche. Das Doppelte wäre halt nicht gegangen, habe ich das schon öfter gesagt, weil es einfach viel zu viel wäre. Und ich möchte auch keine Burger verschwenden. Klar, ich hätte die auch verschenken können an Nachbarn. Habe ich auch erst probiert. Hat aber nicht so geklappt. Außerdem waren die auch schon kalt und das ist auch immer so eine Sache. Ich habe die warm gemacht. Ich habe die kalten Burger auch gegessen. Ich war auch viel zu faul, die nochmal warm zu machen. Aber das war ein echt cooles Experiment. Ihr habt euch mehr Food-Challenges gewünscht. Also ein Mann Appell an euch. Könnten wir ja gerne irgendwelche Food-Challenges vorschlagen. Bitte keine Kalorien-Challenges. Von wegen 10.000 Kalorien, 15.000 Kalorien. Die 5.000 Kalorien waren schon viel zu viel eigentlich. Aber das ist noch verkraftbar. Aber ich mache jetzt nicht irgendwie heftige Challenges. 15.000, 20.000 Kalorien. Das mache ich nicht. Das ist mega ungesund. Auch die 5.000 Kalorien sind eigentlich ein bisschen zu viel schon. Das ist immer mein Grundbedarf. Dann muss ich nächste Woche ein Kilometer mehr schwimmen. Um auf jeden Fall schon mal ein bisschen was davon zu verbrennen. Es kommen auch noch Sport-Challenges tatsächlich auch in der nächsten Zeit. Wo ich euch ein bisschen mitnehme. Ich muss mal gucken wie ich das mache. Und wie ich das so realisieren möchte. Aber ein bisschen mitnehmen werde ich euch auf jeden Fall trotzdem. Dann würde ich sagen bis zum nächsten Video. Da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und da könnt ihr noch ein weiteres Video von mir gucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein eure Anna. Macht's gut. Euch noch ein wunderschönes Osterfest. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.